Ja, also wir hatten jetzt zwei Wochen eigentlich spielfrei und dann haben wir eine Woche komplett frei gehabt, konnten ein bisschen regenerieren und jetzt haben wir eine kleine Zwischenvorbereitung gemacht, um uns jetzt auf die letzten Spiele vorzubereiten. Ja, ich hatte jetzt fünf Wochen ein bisschen Stillstand bei mir, aber die letzte Woche habe ich gut trainiert, glaube ich, und bin jetzt wieder auf dem Stand und kann jetzt mit nachher auffahren. Ja, wir sind jetzt gut dabei, wir haben uns diese Woche echt hart trainiert und sind jetzt auf einem guten Stand, haben jetzt Video gemacht und jetzt geht es gleich ins Training und bereiten uns auf Auge vor. Ja, auch schön mit dem Rücken an der Wand und die müssen jetzt gewinnen und müssen gegen uns Punkte holen und die werden alles reinwerfen ins Spiel. Die haben eine sehr starke Mannschaft mit dem Rückraum und starke Außen und ja, die werden uns das Leben schwer machen. Ja, auch schön mit dem Rücken an der Wand und die werden uns das Leben schwer machen.